Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten Treppenhausgespräch, unserem neuen Format. Wir möchten ja hier jedes Mal dann einen Experten, eine Expertin entsprechend begrüßen. Heute ist das Carola zu einem ganz speziellen Thema, das ist natürlich hier sehr passend, Mediation. Wir wollen also entsprechend uns gemeinsam unterhalten. Treppenhausgespräch heißt ja vor allem immer auch Gespräch, heißt eben nicht nur Vortrag, sondern wir möchten uns über viele Einzelheiten dabei entsprechend unterhalten. Du kannst natürlich entsprechend das Thema wunderbar darstellen und ein bisschen vortragen. Und wir wollen natürlich entsprechend auch wieder ins Gespräch kommen, um auch wirklich auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und natürlich auch entsprechend aktuelles einfach auch dann hier auflegen zu können. Und eine kleine Frage zum Anfang natürlich, wie das immer so ist. Mediation ist ja einfach ein Thema oder ein Begriff, mit dem viele vielleicht noch nicht hundertprozentig etwas anfangen können. Und oft ist es sicherlich so, dass man sagen kann, ja Mediation ist Streitschlichter. Das ist ja vielleicht so die erste Assoziation, die ich entsprechend bei so einem Begriff habe. Wie stehst du zu dem Begriff und wäre das eine entsprechend passende Übersetzung? Also für mich ist dieser Begriff nicht so passend, weil Streitschlichter heißt für mich, dass derjenige, der schlichtet, aktiv eingreift in den Prozess. Also der macht vielleicht auch Vorschläge und urteilt vielleicht auch manchmal, sagt, Mensch, das war aber nicht so toll von Ihnen oder so. Und das ist das, was Mediation oder ein Mediator nicht machen sollte und auch in der Regel nicht macht. Also der schlägt weder was vor, noch bringt er seine eigenen Ideen, Gefühle, Beurteilungen in den Prozess mit ein. Das sollte also außen vor bleiben und deswegen finde ich Streitschlichter nicht passend. Das wäre einfach zu aktiv in den Prozess eingreifend. Ja, das umreißt ja das Thema schon etwas präziser. Ich glaube, mit deinen eigenen Worten kann man sich doch schon etwas besser etwas darunter vorstellen. Um das noch etwas hervorzuheben, würde ich gerne von dir wissen, wie läuft denn so eine Mediation ab? Also nehmen wir an, ich habe ein Bedürfnis, ich komme zu dir grundsätzlich und was passiert dann? Also wie würde der entsprechende Prozess dann aussehen, dass du entsprechend dann tätig wärst? Grundsätzlich muss sich der Konflikt für eine Mediation eignen. Das heißt, ich frage erst mal grob, worum es geht. Lass mir das schildern aus der Sicht desjenigen, den ich vor mir habe. Und meistens gibt es ja mindestens noch eine andere Konfliktpartei dazu. Die würde ich dann auch gerne befragen. Das heißt, ich höre von dem Ersten auch nicht so viel über diesen ganzen Konflikt, weil es mir eventuell schon ein Bild suggeriert, was ich eigentlich gar nicht haben möchte. Denn ich möchte ja beide Seiten gleichberechtigt hören. Und deswegen frage ich immer, ob die zweite Partei oder die anderen Parteien, da können ja auch mehrere sein, ob die auch damit einverstanden sind, eine Mediation durchzuführen. Und kläre dann auch ab, wie das weiter vorwärts gehen soll. Also ob ich die anderen kontaktieren soll und denen das vorschlage oder ob die Partei die bei mir ist oder mit der ich spreche das vorschlagen möchte. So wäre der Start. Du hast gesagt, es gibt Situationen, die für eine Mediation geeignet sind und welche, die nicht geeignet sind. Ist du vielleicht jeweils ein Beispiel, wo es wunderbar funktionieren könnte und wo es vielleicht einfach Schwierigkeiten gäbe? Also geeignet sind eigentlich fast alle Konflikte. Partnerschaft, Familie, Generationenkonflikte, Geschäftsübergaben, Streitigkeiten in Vereinen, Organisationen. Also eigentlich da, wo Konflikte sind, kann man auch immer versuchen, eine Mediation einzusetzen. Wo ich persönlich sagen würde, es eignet sich nicht. Das sind so Fälle, die schon entweder schon so weit fortgeschritten sind, dass man vielleicht schon vor Gericht war oder wo man sich so auseinandergelebt hat oder zerstritten hat, dass ich merke im Erstgespräch, dass da gar nicht so die Bereitschaft da ist. Also wenn jemand wirklich zu mir kommt und sagt, ich will das aber so und ich will mein Recht haben, dann ist die Bereitschaft nicht da. Weil eine Mediation bedeutet, man muss eben auch Kompromisse eingehen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert der Prozess auch nicht. Ja, also wenn es zu verhärtet ist, sowohl in der persönlichen Begegnung als entsprechend auch jede Person, jede Partei quasi selbst. Oder so eine Bereitschaft quasi. Richtig, ja. Da hätte ich auch die Frage, wie ist denn das? Klar, wenn zwei Parteien erkennen, dass sie eben ein Mediationsbedürfnis haben, ist sicherlich der Einstieg auch deutlich leichter. Wie sieht das jetzt aus, wenn nur eine Partei auf dich zukommt und die andere sagt, mindestens skeptisch, der ihnen gegenübersteht? Dass man nicht im Forschung erschwert ist, macht das auch unmöglich? Oder wie würde man dann da rangehen? Dass erschwert ist eventuell, kommt aber auch immer darauf an. Wenn derjenige bereit ist zu kommen, also derjenige, der eigentlich nicht so positiv eingestellt ist, ist es meine Aufgabe, erstmal den Prozess zu erklären und auch diese Angst zu nehmen. Weil viele kommen oder viele, die Angst davor haben, meinen, sie werden verurteilt oder beurteilt und man verlangt vielleicht etwas von dem, was sie nicht bereit sind zu geben. Und das ist ja eben nicht der Fall. Und da ist meine Aufgabe, den Prozess zu erklären und denen zu sagen, dass meine Aufgabe auch ist, allparteilich zu sein. Also ich bin sowohl für die Bedürfnisse des einen wie für das anderen zuständig und gucke, dass alle zu ihrem Recht kommen. Also eine wirklich sehr externe, unabhängige Person. Du hast ja auch gesagt, dass du am Anfang, bei den ersten Gesprächen, noch gar nicht zu viel Detail brauchst von jeder Person, von jeder Partei, und dass du entsprechend auch, am besten natürlich parallel, was natürlich nicht geht, aber grundsätzlich möglichst parallel, dich über die Gesamtsituation einfach informierst. Genau. Ich bin natürlich klar, wenn man so viel weiß von der Einfallspartei, kann es natürlich entsprechend auch beeinflussen. Dem entgehst du ja auch letztendlich. Richtig. Vor allem, weil dann auch schon, je mehr die erzählen, desto mehr Gefühle und Beurteilungen kommen ja da auch rein. Und das ist etwas, was ich im ersten Schritt gar nicht hören möchte. Das kommt dann später. Das wird alles dann verarbeitet, aber vorerst nicht. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, also ich war jetzt quasi bei dir, ich habe meine Gegenpartei quasi mitgebracht, wir sind entsprechend uns einig, dass wir uns von dir helfen lassen möchten. Wie läuft denn so eine Mediation dann konkret ab? Dann vielleicht hast du einfach ein Beispiel, eine Beispielsituation, wo natürlich jetzt, also anonym natürlich, klar, logischerweise, natürlich ist Mediation immer eine sehr heikle Angelegenheit und sehr mit Vertrauen verbunden natürlich. Aber so grob so eine annyme Situation, die du vielleicht uns ein bisschen näher bringen kannst, dass wir das Ganze auch ein bisschen als Beispiels vielleicht auch verstehen können. Also es gibt grundsätzlich auch so einen Prozess mit verschiedenen Schritten, den ein Mediator für sich abarbeitet. Das merken die Konfliktbeteiligten natürlich nicht, aber das ist hilfreich und ist so ein Leitfaden, an dem man sich langhangelt, den man auch befolgen sollte. Und der erste Schritt ist eben, dass man sich von beiden den Konflikt schildern lässt. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass beide möglichst gleich viel Redezeit haben. Und anfangs werden auch Regeln aufgestellt, also dass man sich nicht gegenseitig beschuldigt oder beleidigt, anschreit oder dass man einfach so eine gewisse Form bat. Und dass eben auch jeder, der erzählt, von sich erzählt. Also immer erzählt, wie er die Situation empfunden hat und eben auf alles verzichtet, was sagt, ja, dann hat er das und das gemacht, sondern eben einfach erzählt, wie man das selber erlebt hat. Im zweiten Schritt versuche ich dann, aus einer konkreten Situation, die mir geschildert wird, die Bedürfnisse und Gefühle, die dahinter stecken, nochmal herauszuhören. Und das ist oft schon ein Prozess, wo schon vieles sich klären kann oder so eine Aufweichung, finde ich, stattfindet. Weil jeder merkt, oha, das ist ja nicht nur so ein Kotzbrocken, den ich da vor mir sitzen habe, sondern der hat ja auch Gefühle und Bedürfnisse. Und das erleichtert dann auch schon vieles. Und dann im weiteren Schritt, also ich liste das dann auch auf, also ich mache denen das auch sichtbar. Das wird angeschrieben auf Karten oder auf einem Flipchart. Und diese Prozesse sind da unterschiedlich lang. Also das kann mal Stunden dauern, bis so alle Gefühle und bis das so alles erarbeitet ist. Und im nächsten Schritt würde ich zum Beispiel dann die Konfliktbeteiligten bitten, dass einer erzählt, was er vom anderen verstanden hat. Wie der die Situation erlebt, was der für Gefühle, Bedürfnisse hat. Dass man das also so spiegelt. Und auch da kommt dann oft schon viel Verständnis. Und durch dieses gegenseitige Wiedergeben erreicht man eben auch noch mal so ein anderes Verstehen bei demjenigen, der zuhört. Da kommt dann auch dann manchmal so raus, dass man sagt, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Oder ja, eigentlich ist es genau das, was derjenige vielleicht gar nicht so gesagt hat. Und derjenige, der es wiederholt, gibt es in seinen Worten wieder. Und das verdeutlicht dann noch mal vieles. Und am Ende einer Mediation guckt man natürlich auch, wie kann man, wenn es jetzt zum Beispiel ein Nachbarschaftsstreit ist, wie kann man in Zukunft friedlicher miteinander leben. Und dann versuche ich eben mit den Konfliktbeteiligten Regeln aufzustellen, die ich allerdings auch wieder nicht vorgebe, sondern das sind Vorschläge, die kommen von den Konfliktbeteiligten. Die werden auch aufgelistet und dann guckt man am Ende auch, wie realistisch ist denn das. Oder je nach Konflikt guckt man, was kann ich zuerst umsetzen, was braucht vielleicht Vorbereitungszeit, was braucht sowieso ein bisschen länger. Dass man dann am Ende so eine Vereinbarung hat, wo sich beide daran halten. Ja, und dann je nachdem, wie die Konfliktbeteiligten das möchten, kann man entweder sagen, gut, wir setzen uns in sechs Wochen noch mal zusammen und gucken mal, ob die erarbeiteten Punkte auch wirklich funktionieren oder ob wir noch nachbessern müssen. Ja, oder wenn die sagen, nö, passt erst mal, dann ist auch gut. Also es ist immer so, dass die Konfliktbeteiligten Mediatoren sagen, die sind die Experten für ihren Konflikt und die entscheiden eigentlich auch, wie es am Ende abläuft. Das ist immer ein sehr individueller Prozess. Genau. Also nicht immer so nach dem Motto Schema X oder so etwas, immer das Gleiche. Nein. Obwohl natürlich auch quasi von gewissen Abläufen gesprochen hast. Sind die also aber immer auch dann auf die Konfliktparteien abgestimmt. Richtig. Dass man dann gucken, wer ist das, wie ist der Konflikt überhaupt, etc. Genau. Wie ist das jetzt, wenn, also was ich interessant finde, ist natürlich tatsächlich, dass du sagst, es kommen keine Vorschläge von dir. Das würde aus meiner Sicht noch mal den Unterschied zu einem Streitschlichter vielleicht auch charakterisieren, dass der oft dann doch Vorschläge macht, auf die sich dann die Beteiligten einigen müssen. Die sind oft vielleicht von einer Partei vielleicht nicht 100%ig gerecht empfunden. Der andere hat ein emotionales Problem, vielleicht, weil das geführt ist, wird ihm etwas aufgezwungen eventuell. Also das könnte sicherlich auch dazu führen, dass solche, ja quasi, Lösungen nur kurzfristig sind. Richtig. Und schnell die Konflikte wieder dann aufbrechen. Aber wenn man vielleicht tatsächlich eben die Lösungen von den Parteien im Prinzip bearbeiten lässt, kann ich mir auch vorstellen, dass das Ganze eben etwas Druck rausnimmt. Richtig. Und es ist in der Regel auch nachhaltiger. Also wie du schon richtig gesagt hast, auch Gerichtsprozesse enden ja meist damit, dass einer recht hat und einer unrecht. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist aber belastet. Zwischen den Parteien. Und das ist bei einer Mediation eben auch Ziel, dass man eben wieder, ja, dass es die Beziehung schont und eventuell sogar wieder verbessert. Also vor allem geht es hier um die Personen und nur im zweiten Schritt quasi eigentlich um das Problem, das konkrete Problem. Also nehmen wir einen Nachbarschaftsstreit beispielsweise. Also es geht ja vielleicht oftmals viel mehr um das persönliche Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn, als dass der Baum dort tatsächlich irgendwelche Blätter verliert. Das an sich wäre vielleicht, wenn es ganz neutral wäre, leichter zu regeln, als wenn die Parteien bereits sehr emotional in der Situation einfach auch gefangen sind. Ja, richtig. Und oft stecken hinter sachlichen Konflikten ja auch Gefühle oder irgendwelche Erfahrungen aus der Kindheit oder sowas, was man dann unbewusst mitschleppt und auf den anderen projiziert und da quasi seine nicht verarbeiteten Gefühle rauslässt und eigentlich liegt das Problem ganz woanders. Ja, merkt man tatsächlich, das ist ein sehr psychologischer Prozess auch oft. Ja, auch. Umsatzlich tatsächlich, dass man auch mit dem Leuten wirklich sehr in die persönliche Tiefe auch manchmal gehen muss. Ja, das stimmt. und natürlich noch mal extra sehr, sehr sensibel natürlich auch. Deswegen ist klar, dass man natürlich auch sehr sensibel mit den gesamten Personen, aber auch mit dem Sachverhalten natürlich auch umgehen muss. Ja, das stimmt. Klar, es sind meistens irgendwo auch Verletzungen oder wirklich Gefühle, die tief gehen und ja, da kommen natürlich auch Tränen und aber letztendlich, wenn das alles verarbeitet ist oder mal ausgesprochen ist, dann ist es eben auch gut. Dann gehört es einfach zum Prozess dazu. Ja, ich glaube auch, dass es in die andere Person sich mal rein zu versetzen, sicherlich immer ohnehin schwierig ist, aber ich glaube, mit einer Hilfe deutlich einfacher ist, das auch mal zu testen. Ja. Dann würde ich mal zu gucken, wie geht es dem anderen denn eigentlich? Wie ist denn seine Position? Und gerade, wenn die Positionen etwas verhärtet sind, eben auch aufgeregt sind, wenn man quasi auch selber sehr emotional verbunden ist mit dem Konflikt, glaube ich, ist das schwierig, alleine das zu machen. Es gibt selten Motivation dazu. Das stimmt. Und da, glaube ich, ist eine Hilfe von außen, die eben nicht wertend auftritt, grundsätzlich, doch auch sicherlich sehr, sehr Nutz bringt. Richtig. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass, wenn ich die Sätze, die ich gehöre, wiederhole oder beziehungsweise das Gesagte in meine Worte fasse und dann nochmal wiedergebe, wie ich es verstanden habe, dann ist das auch bei dem jeweils anderen, wird es anders aufgenommen. Also dann ist automatisch nicht so dieses negative Verhalten da, wo ich denke, was hat der jetzt, sondern das ist einfach mit Neutrale aufgenommen. Und dadurch ist auch schon wieder mehr Verständnis da. Dann ist man bereit, Sachen anders zu hören. Ja, wenn man wirklich in einem starken Konflikt ist, dann ist es ja fast manchmal egal, was der andere sagt. Ja, richtig. Man redet grundsätzlich negativ, weil es der andere sagt. Richtig, ja. Und dann ist es vielleicht nicht verkehrt, mal aus dem Mund zu hören oder vielleicht auch einfach mal mit anderen Worten. Richtig. Und der hat ja seine eigene Sprache und vielleicht versteht der einfach meine Sprache nicht. Das stimmt. Und wir reden einander vorbei beispielsweise. Das ist sicherlich dann mit einer dritten Person eventuell dann leichter. Das ist genau so, ja. Das stimmt. Jetzt haben wir ja vor allem über das Thema ja persönliche Konflikte, also du hast ja Beispiel genannt, vielleicht der Werbschaftsstreit, vielleicht der Nachbarschaftsstreit. In Familien kommen ja auch öfter mal Konflikte entsprechend dann auch vor. Wie ist das denn in dem, sag mal in dem Bereich vom Berufsumfeld? Wir sind ja auch ein Verein eben auch für Unternehmer, Unternehmerinnen grundsätzlich und da kann ich mir vorstellen, in Unternehmen selbst kommen ja auch immer wieder Konflikte vor. Wäre auch da ein Mediator, eine Mediatorin dann vielleicht auch nützlich? Und in welchem Bereich könnte man sich das vorstellen? Also ich finde es sehr nützlich und ich würde mir das auch wünschen, dass das viel öfter genutzt wird. Denn gerade auch so am Arbeitsplatz oder auch die Erkrankungen, die psychischen Erkrankungen stehen meine ich inzwischen an zweiter Stelle, an zweiter häufigster Stelle von allen Erkrankungen und eben dann auch damit verbunden oft Ausfalltage. Und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass das öfter eingesetzt wird, dass Vorgesetzte und Firmenchefs genauer hingucken, wo gibt es Konflikte in Teams, in Abteilungen oder wo hat vielleicht auch jemand persönlich einfach einen Konflikt? Dass man einfach da mal hinschaut und das anbietet. Denn, also ich bin sowieso davon überzeugt, dass dann von so einer Mediation alle gewinnen können. Auch der Vorgesetzte, der Chef, der spart sich da eine Menge Ärger und eventuell läuft es hinterher sogar im Team besser. Denn alles, was oder die Zeit, die für Konflikte aufgewendet wird, das ist ja eine Zeit, ich sage jetzt einfach mal, wo kein Geld verdient wird. Sondern wo auch nicht gearbeitet wird, sondern wo eben gestritten wird. Und das kann man sich sparen. Oder eben durch schlechte Motivationen der Mitarbeiter. Das ist ja auch eben ein Effekt. Das heißt also, es ist nicht immer nur diese, Anführungsstrichen, Eins-zu-ein-Situation, sondern du kannst dir auch forschen, so eine Mediation auch in einer Abteilung vielleicht mit mehreren Parteien, auch das wäre. Also etwas, was die Unternehmenskultur, die Mitarbeiterkultur vielleicht auch wirklich dann nachhaltig verbessern kann. Richtig, genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir erstmal einen ziemlich guten Überblick, glaube ich, gewonnen, was eben Mediation leisten kann, dass es durchaus sehr sinnvoll ist, auf jeden Fall in vielen Fällen gehofft zurückzugreifen. Sicherlich gibt es manchmal so eine Scham eigentlich, aber du hast ja vorher gesagt, als völlig neutrale Person, als nicht wertende Person, ist die eigentlich gar nicht notwendig. Also man muss sich gar nicht schämen, sondern man kann sagen, wir haben hier einen Konflikt, da kommen wir jetzt nicht weiter. Hilfe uns mal bitte. Genau, genau. Und es geht auch nicht um falsch und richtig, also das hatte ich auch schon, dass Leute dann eben mitten im Konflikt gesagt haben, so nach dem Motto, oh, habe ich jetzt alles falsch gemacht in letzter Zeit und dann ist es mir wirklich wichtig zu sagen, es geht hier nicht um falsch und richtig, sondern sie haben es einfach, oder ihr Gegenüber hat es einfach anders wahrgenommen, als sie es gemeint haben. Es geht nicht um falsch und richtig und deswegen, es gibt eigentlich am Ende auch keine Verlierer in so einer Mediation, denn es profitieren eigentlich in der Regel beide davon. Also wieder einen Mittenammer zu stellen. Ja. Nur quasi, genau. Da kommen wir ja kurz in so ein Konto natürlich, in der Mittenammer, sondern dann mehr möglich machen, passt natürlich wunderbar dazu. Aber genau darum, wenn wir doch nicht genau, also tatsächlich eben den Konflikt aufzulösen und nicht eben einen Gerichtsurteil zu sprechen. Richtig, ja. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Da sehe ich eine Frage, oder hätte ich es? Es ist eine. Es brennt mich schon unter den Nägeln. Oh ja. Wie würdest du da interessiert haben oder wie bist du zu dem Thema gekommen? Das war eigentlich eine Fernsehserie. Die läuft jetzt irgendwo wieder. Ich vergesse auch immer, wie sie heißt. Sag den selbst. Doch, Paul Kemp heißt die, glaube ich, auch wirklich. Das ist der Mediator. Ich meine, das ist eine österreichische Serie. Die habe ich geguckt. Das ist etliche Jahre her und dann saß ich davor und habe gedacht, das könnte ich eigentlich auch. Das war wirklich so. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, man muss wahrscheinlich studieren oder was auch immer. Und habe mich dann irgendwann auf die Suche gemacht, grundsätzlich nach etwas, was mir wieder mehr Herausforderungen bietet. Also meinen Job mache ich seit über 30 Jahren und irgendwann kann man alles. Ist zwar immer noch auch interessant, aber so ein bisschen fehlten mir die Herausforderungen. Und dann habe ich gesucht, ich glaube, ich habe letztendlich auch zwei Jahre gebraucht, bis ich das dann gefunden habe, weil es musste zeitlich möglich sein, neben der Arbeit. Es musste finanziell möglich sein und es musste natürlich auch sein, was ich aus Überzeugung mache. Und für mich ist es jetzt so eigentlich meine Berufung. Und ja, dann habe ich das gemacht und finde es toll. Kann das jeder machen? Oder gibt es eine Zertifizierung für? Es gibt ja etliche für Berater Zertifizierung. Ist das dort auch so? Kann das jeder machen? Kann man eine qualifizierte Ausbildung dafür? Kann man sich das selbst beibringen? Oder wie ist das Berufsbild? Selbst beibringen nicht. Es kann theoretisch jeder machen. Ich glaube, für die Zertifizierung muss man mindestens 27 Jahre alt sein. Aber für die Ausbildung nicht. Also die Ausbildung, es gibt einen Verein, ich habe den gemacht beim Rückenschlag, der ist in Lüneburg. Die gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Und ich habe das in Hannover gemacht. Es gibt ein Mediationsgesetz und auch eine Mediationsverordnung. Und in dieser Verordnung ist eben auch vorgeschrieben, wie viele Stunden man unterrichtet werden muss oder wie die Voraussetzungen sind, um sich dann Mediator zu nennen. Das habe ich alles gemacht. Mich interessiert das nochmal was Praktisches. Wenn du diese einzelnen Schritte beschreibst, das dauert doch manchmal ziemlich lange. Das schafft man doch eigentlich in einer Sitzung, oder? Und da würde mich nochmal interessieren, wie das finanziell ist. Wenn jetzt einer der Auftraggeber ist und der andere muss noch mitkommen, oder teilt sich das mit der, oder wie läuft das normalerweise? Das sollte man dann eigentlich im Vorfeld besprechen. Also am Anfang der Mediation oder schon beim Vorgespräch, wenn überhaupt die Frage erst besteht, machen wir es überhaupt oder nicht, dann sollte man solche Sachen schon klären. Wer trägt finanziell die Kosten dann? Oder teilen sich das beide? Aber wenn man es jetzt auch so, dass derjenige, an dem der sich anmelde, dann macht dann den Partner sehen, oder dem das richtig ist, oder? Ja, zumindest erstmal die ersten zwei Sitzungen, oder so, um zu gucken, ob es funktionieren kann. Und dass man dann nochmal neu guckt. Und ist das so, mit deiner Erfahrung, wenn du jetzt mehrere drin hast, kommen die dann auch wirklich beide mal wieder? Ja, also ich könnte mir so vorstellen, wenn einer dann sagt, oh nee, das will ich jetzt aber doch nicht, oder? Ist einer, dass es dann abbricht? Ja, hatte ich auch einmal. Also mein Gefühl war, er konnte einfach mit dem Gefühl irgendwann nicht mehr so umgehen, wusste nicht, wie er sich äußern soll, wie er das jetzt für sich verarbeiten kann. Und der hat dann wirklich irgendwann gesagt, also das reicht mir jetzt hier. Ich gehe. Ja, okay. Ist dann aber auch okay. Ja, darf ich dann mal einhören. Wenn du jetzt so eine Situation hast, dann wäre ja eigentlich das Thema quasi unbewöst, so der Konflikt. Zumindest statt mir. Und gibst du eine Empfehlung, und dann fragst du, warum und wieso derjenige abbrechen möchte. Und würdest du eine Empfehlung geben, meinetwegen für eine anderweitige Beratung oder ein Coaching, wenn derjenige so offen ist und darüber spricht? Ja, klar. Also grundsätzlich würde ich was anderes empfehlen, andere Methoden. Ich versuche aber, wenn ich die Gelegenheit habe, noch zu fragen, wieso, weshalb, warum, und der nicht einfach nur sagt, reicht mir jetzt, ich gehe, und dann wirklich aufsteht und geht, dann frage ich, was jetzt ihn daran hindert, weiterzumachen, und versuche natürlich auch noch, das wieder umzukehren. Also Verständnis aufzubringen und ihm diese Schritte leichter zu machen. Genau hinzuhorchen, womit hat er jetzt ein Problem? Und kann ich ihm da vielleicht eine Brücke bauen, dass er wieder in den Prozess zurückkommt? Aber der Prozess muss nicht stagnieren. Ich kann dann auch mit dem, der verbleibt, weitermachen und kann quasi diesen Prozess auch durchaus zu Ende führen. Nur dann eben vorwiegend gucken, wie kann jetzt derjenige, der noch da ist, mit der Situation in Zukunft anders umgehen. Und auch da würde ich jetzt natürlich immer auch, das wäre dann meine Aufgabe, oder die würde ich dann übernehmen, dass ich mir überlegen würde, gut, was würde jetzt der, der nicht mehr da ist, davon halten? Wie würde der darauf reagieren? Oder was hätte der vielleicht für Bedenken? Dass man das immer noch mit berücksichtigt, um dann eben auch einen möglichst guten Abschluss für den, der noch da ist, zu erreichen? Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man da mit Eskalationsstufen arbeiten, dann gibt es das, dann macht das Sinn, weil man sagt, Mediation bringt nichts, dann muss sie gestrichtet werden, das heißt, dann müssen Vorschläge gemacht werden. Und wenn das nichts bringt, geht man vor Gericht oder muss man das von Fall zu Fall auch entscheiden? Also ich kann das zum Beispiel im Geschäftsbereich, wenn ich jetzt Vertragsschwierigkeiten habe, bin unterschiedlicher Meinung, lieferbar, der Kunde ist nicht zufrieden mit der Leistung und wir kommen einfach nicht klar und sagen, wie kommen wir jetzt weiter? Der eine zahlt nicht, dann will seine Lieferung davon hochholen. Also da stelle ich Ihnen eine Mediation schwierig vor. Da würde ich wahrscheinlich sagen, da muss man nur einen Stichter oder Gericht irgendwie reingeben. Oder kann man sowas versuchen, vermelden, 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 mit dem Einfluss, und wer es nicht geht, dann versuchen, weiter zu eskalieren. Also grundsätzlich, wenn beide dafür sind, das mit einer Mediation zu versuchen, dann kann man das versuchen. Aber das kann natürlich auch dabei rauskommen, dass beide irgendwann sagen, nee, also das bringt hier gar nichts. Wir finden einfach keine Lösung, womit wir beide jetzt leben können. Wir geben das jetzt weiter an Gericht oder an wen auch immer. Das kann alles passieren. Also ich glaube, Mediationen sind ja oft, wo man eigentlich gar nicht ein festes Ziel hat, weil man nur sagt, der Umgang ist irgendwo schwierig, ja, wir können nicht miteinander umgehen, das muss jetzt gelöst werden, aber wir haben kein direktes Ziel und man versucht, sich irgendwo darauf hinzuarbeiten, dass man eben vernünftig miteinander leben kann, wie auch immer, in welchem Bereich. Und wenn man jetzt so Vertragsfeindungen hat, da muss man ja irgendwo ein Ziel erreichen. Ein Ziel, das eigentlich ein Kompromiss ist, wo beide Seiten sagen, ja, das akzeptiere ich, das nehmen wir jetzt hin. Langfristig, wo man erst grundsätzlich anders umgehen, dann immer so etwas nicht mehr vorkommt. Ja, wobei so ein Ziel, in Anführungsstrichen, gibt es auch in der Mediation. Das ist dann eben das Thema, was geklärt werden soll. Und dann kann es mehrere geben, da muss man dann vielleicht gucken, welches ist jetzt am dringlichsten, aber sagen wir mal, es gibt jetzt ein Thema, wie gestalten wir unsere, oder wie gestalten wir diesen Vertrag, was soll da genau rein, das kann man ja auch in der Mediation durchaus klären. Dann ist das eben das Thema und dann ist es eben auch das Ziel, möglichst das so zu gestalten, dass eben beide damit zufrieden sind. Wenn du Mediation im privaten Bereich machst, passiert es dir dann auch manchmal, dass du denkst, jetzt bin ich in so einem Graubereich, ist das noch Mediation oder ist das schon eher therapeutisch? Hast du das schon mal erlebt und wie gehst du denn damit um? Ja, Ich versuche dann eigentlich, so gut es mir möglich ist, das aufzufangen, was da kommt, an Gefühlen oder an was auch immer, Befindlichkeiten und versuche das eben auch so zu verarbeiten, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, derjenige kann da auch was mit anfangen. Wenn ich jetzt merken würde, das geht da nicht weiter oder da steckt was dahinter, was jetzt auch demjenigen vielleicht noch gar nicht so bewusst ist oder was da irgendwie gar nicht rauskommen will, dann würde ich das auch sagen. Dann würde ich sagen, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr der richtige Weg, auf den wir weiterkommen. Dass man dann, ich weiß nicht, ob ich es im Zweck, es kommt immer darauf an, ob ich dann wirklich vorschlagen würde, eine andere Form von Therapie sich zu suchen oder so oder ob ich das demjenigen überlasse, ob er das tut oder nicht, sich was anderes sucht. Es gibt ja schon mehrfache Sachen, also das ist ja nicht ausgeschlossen, das heißt ja nicht Mediation oder die therapeutische Begleitung oder es kann ja quasi auch parallel weitergehen. Beides. Und insofern, das ist ja klar, dass man eben eine entsprechende Empfehlung ausspricht, dass eben die Person auch sich selber nochmal, quasi in Anführungsstrichen, sich selber um sich kümmert, also mit therapeutischer Begleitung und gleichzeitig ja trotzdem eben eine Mediation, weil das sind ja entsprechend verschiedene, aber auch wieder die gleichen Dinge. Richtig. Das ist ja quasi auch parallel passiert. Das hatte ich zum Beispiel auch schon. Die eine Person hat eben für sich persönlich eine Therapie gemacht, war aber trotzdem mit der Familie in der Mediation und nebenbei gab es eben noch ein geschäftliches Thema, wo man dann aber sich geeinigt, oder wo wir in der Mediation anfangs dann auch gesagt haben, okay, wie machen wir das jetzt und die haben sich dann eben darauf geeinigt, das geschäftliche, geben sie an den Steuerberater, lassen das alles checken und klären und wir gucken eben, dass wir diese persönliche und diese Familienebene wieder bearbeiten. Also Mediation erreicht ja entsprechend mit den Problemen ja auch viele andere Bereiche. Natürlich auch viele andere Bereiche hat die natürlich für die Mediation nicht abgedeckt, aber dafür entsprechend dann andere Stellen, zum Beispiel eben wirkliche Streitschläge. Du hast ja gesagt, wenn jetzt zwei Vertragsparteien natürlich sich streiten, da kann die Mediation ja wirklich auch helfen und wenn das nicht funktioniert, dann muss man es eben neutral, möglicherweise gerichtlich klären. Das ist ja quasi eine Eskalationsstufen-Geschichte ja quasi ja nicht auch. Ich glaube auch, dass eine Mediation zwischen zwei Vertragspartnern sehr viel bewirken kann. Aber wenn eben eine Partei stur ist und sagt, ich habe Recht, haben wir ja gesagt, um Recht haben geht es ja nicht, sondern würde ich zueinander kommen, dann muss eben das Gericht oder wer auch immer das entspricht. Genau, genau. Oder ich glaube. Wenn du das noch eine Frage hast, gerade... Ich habe jetzt gerade eine Frau in der Beratung, oder Therapie und die möchte gerne, dass ihr Mann mitkommt. Und der sagt mir, ich lasse mich doch nicht von irgendeiner Wegenzentnerin da bequatschen. Und das mache ich nicht, ich bin nicht so groß, was soll das. Und der habe ich zum Beispiel gesagt, vielleicht wäre das besser, wenn sie wieder eine normale Kommunikation wollen, gehen Sie doch mal zur Mediation. Und heute habe ich aber nun von dir gehört, dass da auch über Gefühle gesprochen wird. Also da wäre ja wahrscheinlich dann wieder... Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, 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 aber vielleicht, du kommst ja in der Möglichkeit, von einem Mediator eben aufgezeigt, wie er über seine Gefühle sprechen kann, ohne dass es ihm unangenehm wird. Ja, also das ist ja auch nicht so sehr entgegnet, dass die Seelenklapperei gehen wird. Geht es ja auch erstmal nicht. Und letztendlich entscheiden das ja auch wieder die Beteiligten, aber es ist für alle immer eine Möglichkeit, überhaupt gehört zu werden. Und das einfach mal zu sagen, was denen auf der Seele liegt. Und das ist ja auch so ein bisschen dann mein Job, das auch so zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter dem Verhalten, was da vielleicht offensichtlich ist. Aber das ist, also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass dann einer sagt, so nach dem Motto, das ist mir jetzt hier zu therapeutisch oder irgendwie so. Weil es ja erstmal einfach darum geht, gehört zu werden. Und ich glaube, das mit den Gefühlen, ich würde jetzt mal behaupten, das merken die im ersten Moment gar nicht so sehr, dass es auch um Gefühle geht und so. Das kommt dann später. Aber dann ist es auch gut. Ja, ja. Ich glaube, dass die Neutralität hier vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Da hat man ja auch einfach nur Angst, dass wenn er seine Frau als eine Therapeutin der Frau begleitet, dass es quasi zwei gegen eins gegen ihn eventuell gehen könnte. Und gerade in der Mediation kann es ja entsprechend auch als Eis brechen, indem man zeigt, man ist vollkommen neutral natürlich. Ja, richtig. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Das macht ganz viel aus. Das ist auch das Wesentliche, dass wirklich beide das Gefühl haben, sie sind gleichberechtigt und nicht einer hat Recht, einer Unrecht, einer ist schuld und nee, darum geht es nicht. Deswegen kann ich vielleicht durch die Empfehlung, die Mediation aufzusuchen, vielleicht für die entsprechenden Personen genau das Richtige eventuell sein. Auch begleiten natürlich. Wir haben ja gesagt, das hat ja keinen ausschließenden Charakter, sondern kann ja eben entsprechend auch beides natürlich dann parallel. Zumindest vielleicht mal so ein erstes Gespräch, Kennenlerngespräch, dass man überhaupt mal sagt, worum es geht oder wie sowas abläuft. Das kriegt natürlich so ein bisschen Schreckgewicht, wenn eine Person aus dieser Konstellation, wie er zur Untherapie ist und da haben wir Sachen reflektieren, die andere nicht. Finde ich ein bisschen schwierig, so ein bisschen unfair. Was ist denn? In Wirklichkeit? Also warum ist es noch unfairer, wenn man jetzt dazu kommt, wenn man schon länger mit ihm warnt, das ist ganz schwierig. Das ist eigentlich wichtig. Aber wenn beide jetzt neu anfangen, dann würde ich sagen, nee, nee. Ach, nee. Das ist nur ein bisschen. Die Arme sprach zu. Aber das weiß man ja eigentlich nie, wer sich dann wo nochmal Hilfe, Ratstuhlern, ein Gespräch holt. Man könnte ja auch sagen, wenn jemand begleitet der Therapiebock, dann braucht er die Unterstützung, um sich überhaupt klar zu werden und sich ausdrücken zu können und Standpunkt vertreten zu können. Also, ja. Ein Bereich wurde hier heute noch gar nicht angesprochen. Ein riesiges Betätigungszweck für Mediatoren müsste doch die Politik sein. Also, weil er hat das so gesagt, es geht darum, sich zuzuhören, Positionen aufzunehmen, nicht immer gleich abzuwehren, den anderen mal ausreden zu lassen. Also wenn er bei so einer politischen Sitzung war, genau das Gegenteil. Kommt einer an die Partei, es wird gleich drauf rumgehackt, wo ich immer denke, wo bin ich hier? Also, eigentlich müssten die genötigt werden oder unter Anleitung solche Sitzungen durchführen. Das finde ich ganz schrecklich. Ich meine, es gibt ja so klassische Fälle, wo politisch Mediation durchgeführt wird, Stuttgart 21, das ist ein großes Beispiel. Da ist ja ein riesen Feld. Ja, weil gerade in der Politik, in unserer Meinung mehr auseinander, und die sind ja auch immer so festgefahren. Und da denke ich auch, eigentlich mal ganz klein anfangen, dem anderen zuhören, Meinung akzeptieren, und versuchen, erstmal miteinander vernünftig umzugehen, und gemeinsam irgendwo was umsetzen zu wollen. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Denn gerade in der Politik geht es ja darum, gemeinsam irgendwas umzusetzen, zum Wohle auch anderer. Und da finde ich, das finde ich die ganze Zeit immer, und eigentlich würde ich sagen, da wäre das wirklich mal notwendig. Das müsste auch ein großes Betätigungswerk sein. Notwendig, ja, aber ich würde mich da schon wieder fragen, ist das da überhaupt gewollt? Oder wollen die diesen Machtkampf und diese Zweikämpfe, um eben zu zeigen, okay, wir sind die... ...und die haben sich zu profilieren. Genau, wir sind die Stärkeren, wir sind die Besseren, und das gehört dazu. Und die Frage ist auch, ob die Zuschauer das wirklich wollen. Ob die so ein Geschmuse wollen, wo alle hinterher an sind. Also die Medien sowieso nicht, die heizen ja immer noch an. Nee, das muss schon. Also da muss es dann auch schon wirklich in ein Projekt oder irgendwas gehen, oder ein Anlass, wo man dann als Mediator wirklich eingreifen muss, weil man irgendwas bewegt, oder weil was bewegt, dann muss sie auch. Vielleicht ist es bei den Politikern auch eher so, dass die, bevor die dann ins Abgeordnetenhaus gehen, oder in den Gemeinderat, oder in den Stadtrat, einfach erstmal einen Kurs in Gewalt, in der Kommunikation. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und die Freitas und politische, sprachliche Korrektheit. Ja, genau. Kannst du nicht alles tun, das ist das, aber erstmal, wie geht man eigentlich auch, wenn man das konstruktiviert, nach oben hat. Ja, das wäre was. Ich habe noch eine Frage zum Nachher. Ich kenne es so aus dem Problem-Approach bei Mobbing. Das ist ja durchaus ein ähnlicher Ansatz, um Mobbing-Situationen aufzulösen, wo man auch ohne Wertung reingeht, beide Parteien hört. Kommt mir ganz viel so bekannt vor. Da hat man ja so Effekte, dass hinterher auch was bleibt bei den Personen, wenn die einmal gelernt haben, einen Konflikt so zu bewältigen, auf diese sehr besondere Art und Weise, dass sie bald zu Wort gekommen sind, dass sie bald ihre Lösung finden konnten, dass nicht irgendjemand sagt, das machst du jetzt so. Das hat ja interessante Komponenten, auch so für die eigene Entwicklung. Kann man das auch so, vermute mal, dass es Forschung dazu gibt, oder wie das bei dir ist, kannst du so wahrnehmen, dass es hinterher in Organisationen, wenn du Organisationen beraten hast oder da gearbeitet hast oder auch in Beziehungen, dass du was verändert hast im Verhalten zueinander hinterher, dass sie was übernommen haben. Verstehst du die Frage? Ja, verstehe ich. Teilweise merke ich das sogar schon in dem Prozess, dass ich die Leute gar nicht mehr darauf hinweisen muss oder bitten muss, bei sich zu bleiben und von sich zu erzählen, statt anzuklagen und Vorwürfe zu machen. Bei manchen funktioniert das schon in der zweiten Stunde, dass die wirklich, dass ich auch merke, die überlegen sich, wie sie es sagen und versuchen, bei sich zu bleiben und erzählen, wie sie das empfunden hat, wie es ihnen damit geht und so. Und ich habe auch schon Leute hinterher wieder getroffen, die dann auch gesagt haben, die Beziehung existiert vielleicht nicht mehr, aber man hat grundsätzlich einen anderen Umgang. Das ist ja dann nochmal ein Gewinn auf einer anderen Ebene, der ja viel nachhaltiger ist fast noch. Wie du gerade sagst, die Beziehung gibt es nicht mehr, weil der Pflicht halt nicht gut ausgegangen ist, aber sie haben ganz viel mitgenommen. Genau. In der heutigen Beziehung. Ja, das so, durchaus, ja. Und gibt es auch ab und zu das Bedürfnis nach so einer Nachsorge vielleicht, also wenn die Mediation vielleicht schon beendet ist und man hat sich eben entsprechend geeinigt, man geht halbwegs zufrieden vielleicht oder ganz zufrieden entsprechend von dir weg, dass man sagt, man möchte vielleicht in einer gewissen Zeitabstätten sich nochmal mit dir treffen und nochmal gucken, was ist in der Zwischenzeit passiert, haben wir dir die Sachen entsprechend auch wirklich durchsetzen können, ob wir da vielleicht nochmal eben so ein entsprechendes Gespräch vielleicht bei dir auch dann durchführen können. Ja, also gibt es auch. Das kommt immer darauf an, wie gut die hinterher dann miteinander können und die Sachen selber regeln können, aber gerade wenn es darum zum Beispiel geht, wenn sich ein paar Trend und Kinder hat, wie regelt man das, wann sind die Kinder wo, wie macht man es Weihnachten und solche Sachen. Das hatte ich auch schon, dass wir dann quasi zusammen Regeln erarbeitet haben und dass sie dann hinterher einfach nochmal gekommen sind und gesagt haben, hat irgendwie nicht so gut funktioniert, wollen wir nächstes Mal anders machen oder, ja. weil eben etwas was vielleicht auch, also wir haben ja gesagt, Mediation vor allem bringt die Leute zusammen, das heißt dann auch nicht, dass der Konflikt selber zu 100% gelöst ist, das müssen die Leute ja auch selber sprechen, man gibt ja auch Konflikte, die sich in dem Sinne vielleicht wirklich, wenn es um ein geschietes Ehepaar mit entsprechenden Kindern letztendlich beispielsweise geht, vielleicht ist nie jemand hundertprozentig zufrieden und Kinder werden ja auch größer, entwickeln sich auch, kann ja auch sein, dass entsprechend eine Lösung, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch günstig gewesen ist, vielleicht jetzt in dem Alter der Kinder vielleicht nicht mehr ganz so günstig ist, also auch dafür dann wieder ein Prozess angestoßen werden muss und entsprechend auch begleitet werden muss. Genau, aber wenn die dann gute Erfahrungen gemacht haben mit einer Mediation, dass man da wirklich vernünftig was regeln kann, dann kommen die auch wieder. Ja, das kann auch schon helfen. Ich habe mal eine ganz praktische Frage, was ist mir im Kopf, wenn ich für die, es vermeidet ja auch Gerichte, Gerichtsprozesse, die anzieht man nicht in allen Fällen, aber in manchen kommt es dann eben nicht so ein Prozess, was ja immer richtig Kosten erzeugt, wenn es bei Gerichten handelt. Kann man das nicht anrechnen lassen? Gibt es da irgendwie eine Verschreibung im klassischen Sinne, aber irgend so etwas, das angeraten wird, eine Mediation zu machen und das auch Kosten übernommen werden, weil es ja wirklich eine präventive Maßnahme ist, damit es eben nicht zu diesen wahnsinnigen Belastungen der Gerichte auch führt und die Leute natürlich auch ganz anders damit umgehen können, in ihrem Konflikt. Und wie du ja gesagt hast, nicht dieses Urteil, du hast recht, du nicht, sondern sie können es gemeinsam lösen. Das wäre ja eigentlich ein interessanter Aspekt, zu sagen, man macht es jetzt, und bekommt dann sozusagen einen Gegenwert auch dafür, wenn man da aussieht. Also es ist mir nicht bekannt, dass es irgendwelche finanzielle Unterstützung für sowas gibt oder einen Ausgleich. Aber was ich wohl weiß, ist, dass auch an den Gerichten, also in Hannover, in den Gerichten gibt es ja auch schon extra Zimmer für Mediation, also die machen es ja auch schon. Das stimmt, ja. Aber ich habe noch nicht gehört, dass man sich da irgendwie finanzielle Unterstützung holen kann, wenn man den Weg wählt. Wüsste ich nicht. Meinst du sowas, wie es auch bei Gerichten gibt, die Prozesskostenbeihilfe, sowas irgendwie, Mediationsbeihilfe? Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja ein echter Kostenminimierungsbeihilfe in der erfolgreichen Mediation. Es ist ein Gericht, du musst ja Interesse daran haben, du musst Prozesse, wo klar ist, Mediation ist da viel besser wegzukriegen vom Gericht. Es ist ja eigentlich aus staatlicher Sicht Interesse daran gebt. Ja. Es steht. Ich habe keine Ahnung, ich meine, es kündelt bei mir. Wenn es das nicht gäbe, wäre es ja tatsächlich eine Eingabe wert. Ich glaube, es gibt irgendwelche Einrichtungen, die die sowas anlaufen. Genau, das meine ich nämlich auch. In einem Partnerschaftsstreit oder so, oder von Wegnerfamilie. Da kann man hingehen, das wird dann auch von der Träger der sozialen Einrichtung in der Bevölkerung in der Kasse. Oder das ist zum Beispiel eine Vielmehrer für die Eltern. Dann würde ich mir vorstellen, dass da die Lage zum Beispiel in der Mobilität. Genau, das hatte ich nämlich auch im Hinterkopf. Dann ist es das, was ich wollte. Das könnte ja auch ein interessantes Modell sein. Ja, genau. Gut, wollt ihr noch irgendwas Spezifisches von Carola wissen? Was euch im Bereich interessiert? Wie ist denn das bei dir, Rainer, mit deinen Mitarbeitern? Gibt es da viele Konflikte? die geschützt werden? Die geschützt werden. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir reden später darüber. Schneiden wir aus natürlich. Die Situation ist tatsächlich so. Ich hatte auch mal versucht, regelmäßig Dienste sprechen, weil das zu machen, dass es immer so eine einseitige Sache ist. Da habe ich immer das Gefühl, die Mitarbeiter haben Angst, wenn sie alleine sind, irgendwas zu sagen. Und ich habe tatsächlich mal eine Beratung gemacht, so zwei, drei Tage eigentlich Unternehmensentwicklung. Aber da bin ich schon gemerkt, dass sie auf einmal rätseliger sind. Die Bereiten hat dann auch gesagt, ich möchte doch mal mit ihnen alleine sprechen, damit die dann halt auch tablos reden. Und ich dachte, die haben doch für mich keine Geheimnisse. Aber anscheinend gibt es doch irgendwo mal einen Sprachbedarf, den sie mir gegenüber nicht äußern, den sie bei in einer Mediation durchaus äußern würden, weil die Bedingungen anders sind. Und so würde ich sagen, ja doch, wenn man das mal anbieten würde, ist die Frage, will man das als Unternehmer? Aber ich glaube schon, dass da etliche Sachen auf den Tisch kommen würden und die auch für die Unternehmensentwicklung förderlich sind. Weil man das als Chef, als Geschäftsführer eines Unternehmens einfach nicht sieht. Und man selbst sieht nicht den Bedarf, wenn man sagt, machen wir es einfach mal, wäre man hinterher wahrscheinlich positiv überrascht, was da da rauskäme und nicht nur Kritik, das muss ja jetzt nicht in dem Sinne irgendwo eine Streitigkeit sein oder irgendwas. Und das kann ja auch durchaus sein, dass man sagt, wir haben dann versteckte Sachen im Kopf, die da stümmern, die kommt man nicht raus. Immer so eine Mediation, wo einfach mal beide Parteien was sagen können. Das ist vielleicht ein anderer Ansatz oder eine Richtung, aber man hat einen, der aus verschiedenen Parteien mal was rauskäme, was da im Kopf stümmern. Das können wir schon vorstellen. Genau, und sowohl Positives wie auch Negatives. Also wenn man die Gelegenheit hat, auch mal in einer vernünftigen Form zu sagen, was man sich vielleicht anders wünscht, dann ist man vielleicht auch bereit zu sagen, ja und da hätte ich noch eine Idee vielleicht. Ich finde auch ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, dass eben deine Mitarbeiter vielleicht in deiner Anwesenheit sich vielleicht nicht unbedingt trauen, etwas zu sagen. Die Frage an dich dazu, müssen immer vollumfänglich alle Parteien gleichzeitig quasi im Mediationsgespräch sein oder gibt es auch Situationen, wo es vielleicht mal sinnvoll sein kann, dass du mit einer Partei vielleicht auch mal alleine vielleicht eventuell ein Gespräch zwischendrin führst. Sicherlich nicht die ganze Zeit, aber eben vielleicht mal, weil eventuell man merkt, die eine Partei traut sich vielleicht nicht im Anwesenheit der anderen Partei, sich zu öffnen eventuell oder welche Dinge auch eventuell zu äußern. Ja, interessante Frage. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hatte ich zwar so noch nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Und muss man dann, glaube ich, auch aber sehr sensibel mit umgehen, weil dann muss ich wieder gucken am Ende dieses Gesprächs oder auch beziehungsweise mit demjenigen besprechen, was davon gebe ich in welcher Form weiter. Denn es muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Also es soll ja möglichst, es spielt ja anscheinend eine Rolle in der Mediation, sonst wäre ja dieses Gefühl bei ihm nicht da oder bei ihr. Also muss ich da hinterher auch wieder irgendwie sinnvoll in den Prozess mit einbringen. Und dazu muss ich dann eben genau gucken, was gebe ich wie weiter. Oder die andere Partei fühlt sich vielleicht nicht gleich behandelt, weil das Einzelgespräch mit der einen Partei, also müsste man vielleicht auch da gucken, dass man ein Einzelspräch eventuell in einer Partei vielleicht durchführen. Aber ja, ich glaube auch, dass ein Entschuldigung bei solchen Mutationen ist vielleicht wirklich ganz gut, mal eben den Chef quasi nicht dabei zu haben. Den sowieso nicht. Also den in der Regel sowieso nicht. Ja, also zumindest nicht, zumindest nicht, wenn wir hier einen Komisch nicht machen. Außer zu mir. Genau. Nee, Chefs eigentlich grundsätzlich nicht, wenn es jetzt um Konflikte innerhalb von einem Team oder zwei Mitarbeitern oder wie auch immer geht, ist der Chef eigentlich auch so vor. Klar, wenn der das quasi beauftragt hat, dann handhabe ich das aber sogar so, dass ich sage, dass ich frage, was ist denn, wenn dabei rauskommt, dass Sie das Problem sind als Chef? Wie gehen Sie denn damit um? Möchten Sie das dann überhaupt wissen? Also das muss schon klar sein, weil wenn der hinterher sagt, ja, das ist ja schön und gut, aber was habe ich damit zu tun? Geht mich doch nichts an. Dann funktioniert das ja auch alles nicht. Also wenn der eine Rolle spielt, dann muss er damit ja auch umgehen können. Aber das sind alles Sachen, die müssen auch vorher klar sein. Und es muss auch klar sein, dass wenn jetzt das Mitarbeitende sind, wenn die sagen, nee, wir klären das erstmal unter uns und der Chef erfährt erstmal von den Inhalten gar nichts, vielleicht am Ende, dann muss das dem Chef auch so mitgeteilt werden. Und dann muss er auch entscheiden, passt mir oder passt mir nicht. Also da finde ich, das nützt auch nichts, wenn man da irgendwie einem nach dem Mund redet oder sagen, ja, wir kriegen das schon hin und wir gucken mal. Nee, es muss einfach klar sein. Weil sonst wird man dem auch nicht gerecht. Das ist auch gefährlich, ne? Man wird ganz schnell instrumentalisiert. Richtig. Aber die Mitarbeiter, was man immer schon mal über den Chef sagen wollte, kannst du erstmal mit dem Chef weiter reden. Also ich kenne es aus anderen Konzepten, dass wir hinterher auch gemerkt haben, ups, waren da zwischen den Fronten und das war ganz ungut. Das muss man richtig auffassen. Das muss man auch wissen, dass man vom Auftraggeber keinen direkten Auftrag übernimmt. Genau. Das auch. Genau, 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 genau. Das ist schon immer bei meinen Mitarbeitern. Ja, ja, das ist hochgefährlich. Man merkt es häufig gar nicht. Eben, ja. Was da so passiert, ne? Ja. Man verabreden sich dann und manipulieren, nö. Vielen, vielen Dank, Herr Hohler, dass du uns hier so fleißig Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch, super, sehr schön. Ich glaube, das war für den Auftakt wirklich eine schöne Veranstaltung. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall den Vortrag werden. Ja. Und ja, vielen Dank. Und jetzt mal einen ordentlichen Applaus vor allem auf Nürnberg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.